Willkommen zu unserem Testbericht über den Delta Fox Akku Rasenmäher DG CLM 3643. In erster Linie beeindruckt dieser Rasenmäher durch seine robuste Verarbeitung und die starke Leistung seines 6 und 30 Volt Akkus, der ihn auch bei erstmaliger Verwendung auszeichnet. Zudem hat uns die Akkulaufzeit angenehm überrascht. Ein weiterer Pluspunkt ist das beiliegende Ersatzmesser. Allerdings sollten Sie beachten, dass das verbaute Messer bei Kontakt mit Steinchen schnell Schaden nehmen kann. Dennoch bleibt unser erster Eindruck positiv, insbesondere die Akkuleistung sticht hervor. Der Meer wird von einem durchzugstarken bürstenlosen Motor und zwei leistungsstarken Delta Fox 18 Volt 4 Amperestunden Akkus angetrieben. Des Weiteren kann er flexibel an den Rand mähen, dank des integrierten Rasenkamms. Außerdem kann man zwischen Automatik und Eco-Modus wählen, je nachdem, ob man maximale Effizienz oder leichte Nachschnitte bevorzugt. Ergonomisch überzeugt der Meer mit seinem Höhen- und winkelverstellbaren Ergogriffholen. Damit kann der Meer individuell angepasst werden und durch das klappbare Griffgestänge platzsparend aufbewahrt werden. Praktisch ist auch die siebenfache Schnitthöhenverstellung von 25 bis 75 mm, die variable Einstellungsmöglichkeiten für Ihren Rasenschnitt bietet. Der 50-Liter-Fangsack mit Hardtop und Füllstandseinzeige kann dank des Tragegriffs einfach transportiert und ausgeleert werden. Zusammenfassend ist der Delta Fox Accu-Rasenmeer ein leistungsstarkes, flexibles und praktisches Gerät für den emissionsfreien und kabellosen Rasenschnitt. Mit 43 cm Schnittbreite, siebenfacher zentraler Schnitthöhenverstellung und 50 Liter Fangkorb mit Füllstandseinzeige ist er ein zuverlässiger Helfer für Ihre Gartenarbeit. Und die Konsequenzeige ist er ein Anmerich, die Konsequenzeige ist er in der Nähe der Konsequenzeige. Vielen Dank.